1 2 3 herzlich willkommen hier zurück auf der kapitel 8.3 hier müssen wir weitermachen und zwar wechseln wir dafür mal genau zuerst so ich habe blizzard wenn er mal so freundlich wäre ja da kommt er so und ich nehme so ich warte mal hier die drucken wir haben uns gerade den alten brunnen angesehen da sind ja das kann ein bisschen ätzend werden können die eigentlich springen oh verdammt ah du musst auf deine gesundheit achten ja zu spät level neu spielen verdammt ich habe sie gerade gesehen die letzten drei level alles gerne verloren das erste war sie ja im ersten war ich immer ich habe die sieben hast du alle drei verloren ich glaube wir haben es geschafft gut gemacht kumpel wir haben diesen hut gefunden als wir uns umsahen nimm ihn bitte zum dank für deine hilfe an du darfst aufmachen ja den habe ich doch schon so ja den ich schon auf habe sehr gut ne so den pfaunhut plus 10 rüstung 10 inventarkraft und 10 maximale gesundheit genau den habe ich noch so ich bin noch relativ voll in dieser zone sind sky länder des feuer elements stärker so jetzt haben wir vorher wieder aber es kommt noch an was es danach kommt aber ich nehme trotzdem noch vorher kurze zeit ne wem haben wir denn noch mal hier mhm ich nehme jetzt mal ja ich habe eigentlich ich nehme wieder feiertrücken so aber das nervt mich schon wieder das gelbe verloren und zwar nicht mit absicht ich will das schaffen ohne das gelbe verlieren so hier müssen wir noch einen gummi quietsch finden da ist sie auch schon hm müssen wir mal kurz hier über die brücke naja wenn das eine brücke darstellen soll darf ich so diesmal oh zu spät ich wollte gerade stehen bleiben ehrlich aber da hatte ich sie schon gehabt das drüber will ich sorry die nächste ah wir haben da noch eine schatzkiste ne ja die kannst du gerne haben aber äh wo ist die schatzkiste äh wie das ist das ende hier ähm warte mal das kann doch nicht sein ne wir müssen noch zur zone d kommen das ist doch nicht noch nicht d hier das ist nur noch c anders geht das ja nicht wir müssen ja da lang ja wir müssen ja noch zum kristall also wir müssen ja weiter gehen ja wir müssen ja noch ein kristall machen ja sah aus als ob hier gleich zum ende ist da oben ist der kristall ne der fiel uns wieder irgendwo hin ja warte mal ne ne da können wir nicht ne also müssen wir ja ja müssen wir ja du kommst gerade zur rechten zeit skylander hier sind überall griebel schiffe wenn wir sie besiegen bevor sie noch wir müssen jetzt schon ballern du scheiße ich hasse sowas zielen und schießen hoffentlich geht auch ich weiß nicht hier ging ja kein dauerfeuer doch es geht doch es geht okay äh kümmerlich über die rechte seite ich um die linke wenn es geht ja ja ich dachte dass es geht ja ich dachte dass es geht ja ich dachte dass es geht boah raketen schon am marsch jetzt hat er in der skylander gesundheit da müssen diese balken auf der hohe aber das ist eh schon zerstoffen da sind 3 abteilungen hier ok ja ziemlich lange oi 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 komm muss her erst nicht so recht ey Ich habe, glaube ich, jetzt gerade Ballon abgeschritten. Ja, beide. In der gelben Blau kommen immer zusammen. Ah, okay, ich habe nur blau gesehen. Uah, bleib hier, Kollege. Mist. Eine scheiß Rakete, die war unter mir. Ja, ich habe sie leider zu spät getroffen. Ich bin ja manchmal schon ein bisschen früher. Verdammt, verdammt. Ja, hast du gesehen. Die Balance richtig abfeuern, dass wir ja wieder voll werden. Ja. Ja, wir sind voll. Sehr schön. So, das müsste jetzt, glaube ich, hoffentlich die letzte Welle sein. Die letzte Welle werden. Ah. Das war knapp. Ja, ich habe sie hier links auch alle eliminiert. Ich weiß nicht, ob es noch eine kommt. Das müsste jetzt die letzte sein, glaube ich. Das ist die dritte Welle. Ich weiß nicht, ob das große Schiff das dreimal abschließen muss. Ich habe jetzt alle zweimal geschossen. Das ist die dritte Welle werden. Ah, verdammt. Oh. Oh. Also, es kommt eine ganze Menge. Ja, ich möchte. Die dritte Welle wird sehr viel. Es hilft sehr viel, wenn man jetzt links und rechts geht. wenn wir anfangen wir uns umzudrehen ist vorbei wir drehen uns scheint vorbei zu sein okay wir sind lebend aus dieser schießzone wenigstens raus den letzten kristall musst du zu fuß erreichen ja so sind sky länder des magie elements stärker balance möchte die noch nicht erreichen so magie ist hier stärker magie aber wir haben hüften erstmal wir müssen sowieso erstmal hüpfen so warte mal hier um die ecken gucken kennenzulernen der typisch kann immer was sein scheiße ich sehe nicht du wolltest ja aktivieren okay nur ein zwölf sky länder mit der hüpfigkeit aktivieren oder hier noch ein hier auf meiner seite nicht zu stehen so ich habe mir hier doch witzig sehr witzig ja der ist doch so ja du bist bereits hier ja so nehmen kontrollen und halte ich drittes kissen brauche falls ich eins brauche das sah so aus bis heute war w na in 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 Oh, das ist der erste Ballon. Oh Gott, wie wird es denn da rüberkommen? Ach, da kommt... Ja, danke. Bitte, das war ein bisschen gefährlich. Ja, ich hätte es auch nicht geschafft. Ich kann mich gar nicht umgucken, ich weiß gar nicht wohin. Ja. Ich habe gesehen, dass du draufkommst. Wo muss ich hin? Da hoch. Ja, nein, 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 ja. Gott sei Dank. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Dann musst du nach links. Ja. Scheiße, wo muss ich jetzt hin? Du musst jetzt nach links den treffen. Den da, links. Ja, und sehr schön. Ja. Okay, ich habe es geschafft. Oh Gott. Oh Mann. Aber zumindest hast du einen Diamant. Trockene Höhe. Hast du gut gemacht, Schatz. Sehr gut. Mann. Auf die bewegenden Dinger sich darauf konzentrieren und dann den Weg zu gucken, wo ich lang muss. Das ist scheiße. Das ist mega scheiße. So, das zweite Hütchen. So, was haben wir hier? Ein Dreispitz. Plus 15 Rüstung und zwei kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Ja. Herrlich. Ich habe die Zone abgebügelt. Okay, jetzt müssen wir erstmal uns wechseln. Nein, Moussi, Moussi, nein. Scheiße. Ja, komm raus hier. Wir wollten da erstmal wechseln. Ja, ich möchte hier nicht in den Bomben rumstehen. Das mag ich nicht so besonders. Ja, du solltest ja auch wieder zurück. So, Magic. So. Auf Magic wechseln. Das machen wir doch. Ach, kriegen wir doch hin, wenn ich ein Magic hätte. So. Hast du? Scheiße, toll. Ich habe dir Magic hingepackt. Okay, kriege ich dann wieder meine Mummel? Das ist eine Mummel. Meine kleine Mummel? Ich habe keine Mummel. Doch, meine Mummel. Ja. Meine Mummel. Ich habe auch keine Überlegung. Ja, weil Mumeln hier mehrere Mummel erkennen. Ja, aber keine Magie-Mummel. So, ich bin Starstrike. Und ich bin meine goldene Mummel. Okay, jetzt müssen wir... Ja, scheiße, ich bin Level 1. Das müssen wir die anderen Mummel nehmen sollen. Ach, verdammt! Total scheiße! Achtung, komm! Oh, oh, die schießt! Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und rüber. So. Und da kommt gleich wieder was. Ein Dreher schon wieder. Ja. Okay. Okay, schießt er los. Ja. So. So. Ah! Mal aufzuschießen hier. Ich glaube, wir müssen hier noch lang. Ja. Da könnte was sein. Da wird aber was sein. Und zwar... Eine Schatzkiste. Die darfst du einsam machen. Ah, danke schön! Hatte ich ja versprochen. So. Und hier hast du die andere. Vorsicht selber. Ja, ich wechsel mal Star Strike zu Star Strike. Sie ist wenigstens auf Stufe 6. Jo. Ja, falls noch was kommen sollte, könnte ich vielleicht noch Stufe 7 erreichen. Oh, Mann, die Scheißdinger sind doch ekelhaft hier. Ja, und renn da voll rein. Zweimal das Ganze. Ich muss da lang. Nein, ich hab... Ich muss wechseln. So. Nee, hoffentlich. Okay, ja. Durch den Stufeaufstieg. Achtung. Ja, ich weiß. Jetzt muss ich auch noch drauf achten. Mossi, Mossi, komm direkt hinter mir. Ich bin hier schon durch. Ja, tu das. Keine Zeit zu verlieren. Wenn du durch bist, dann schnapp ich mir das Essen. So. Sehr schön! Ja, das schaffen wir auch. Wir sind voll auf jeden Fall. Hier gibt's ja keine Gummiquietsche mehr. Nee, wir haben ja alle. Wie komm ich denn... Ich komm doch nicht hoch, ey. Ich hab mich jetzt auf dich konzentriert. Leider. Ich hab Schaden gekriegt. Ich warte hier. Danke. Warte, warte, warte. Aber wir haben noch keinen Schaden. Ach doch, du Schaden. Ja. Weil ich mich auf dich konzentriert hatte, deswegen hab ich aus Versehen einen Schaden gekriegt. Oh, so kein Ding. Oh, scheiße. Ja. Sie sehen, das ist in die falsche Richtung. Ah! Oh, das geht schnell hier. Verdammt. so, wir sind da man, ich habe wieder mehr gesodet verloren als es mir gut tut das ist auch, glaube ich, das ende jetzt hier gut ja jetzt müssen wir noch gegen die feuerweeper, aber das machen wir oh, wir haben einen seenstein nicht oh, das gibt es nicht okay, den müssen wir dann auch noch suchen ja, okay kein ist gerne ein bisschen, ja, dann müssen wir da noch was anhängen das ist das erste mal, dass wir sogar was liegen gelassen haben oh oh das gefällt mir gar nicht ich weiß gar nicht, wie das passieren kann okay, wir müssen hier schon beenden weil wenn wir jetzt hier auf weiter drücken dann kommt nämlich der bosskampf aber den nehmen wir ja extra auf ja da wir schließlich hier Kapitel 8 aufzeichnen nicht Kapitel 9, das ist ja wieder verschwenderisch leider Gottes ja, okay, dann verabschieden wir uns hiermit erstmal und schalten wir rein Kapitel 9, denn die feuerweeper dann erledigen jo das wird schwer genug alles klar und gleich noch nicht vergessen, bitte und abonnieren okidoki tschüss, sagt Sally jo und Tinkerbell natürlich ciao, ciao bye bye ja und hallo und herzlich willkommen hier zurück auf Skylifense.com bei Skylnass Bob Force ja, ich bin momentan alleine hier weil ich dachte, ja einen Segelstein zu sammeln das kann ich mal schnell alleine machen und ohne Leben durchgehen ne, das schaffe ich schon ne ja ok, ich wollte euch ja zeigen wo der Segelstein ist und der ich habe ihn noch nicht gefunden aber ich habe einen Verdacht wo der ist also ähm ja, hier unten sind da die diese drei Sandlöcher ne die wo man da unten in die Höhlen da wandert ne das sind drei Stück so dann müsst ihr ja durch den Tunnel da den rechten da ne der so gleich beleuchtet müsst ihr ja da durch damit ihr hier oben rauskommt so und dann müssen wir hier hochspringen und ähm ja die Feuerweeper kommt erstmal wieder um uns zu ärgern so ja spuckt eine Dinger aus da kotz kotz so ja ausgespiegelt sehr schön ja wir sind hier schön fleißig weitergelaufen aber was ist in Skylander des Feuerelements stärker ja eon danke sehr schön aber ich muss gerade was erzählen so hier sieht man doch einen kleinen Steinweg und da sind wir nicht runtergegangen und äh haben natürlich vergessen hier mal lang zu gehen und das hole ich mal nach weil hier kann ja nur noch der Seelenstein sein und auf jeden Fall ist hier was sonst wären ja keine Münzen und deswegen da ist er doch Seelensammler sehr schön alle drei Seelensteine wow geil so ja danke dass du mal geladen hast so wurschtbar klar ja genau neue Kriste freigeschaltet auf stimmiger See und äh Tentakel Karussell ja schauen wir uns natürlich noch an der Vollständigkeit halber ne das läuft rund ja das läuft sehr rund Baby so jetzt haben wir hier auch tatsächlich alle drei Seelensteine schon mal das hatten wir ja hier leider auch versaut da haben wir hinten den Stern nachgeholt den Stern den holt ich jetzt gleich nach äh kein Scalender für sich besiegt ist ganz logisch die Störe ah ja die muss sich neu zerstören ja kein Problem das mach ich gleich ne das geht gleich wohl weiter hier im Text wie komm ich dann wieder da hoch ah ja einfach wieder den Steinweg da hochlaufen ja okay das äh wollte ich euch zeigen denn äh ein Bild hänge ich dann äh auch noch mit dran wie gesagt wie ist keine Scalender für nur also alle drei Sterne das brauche ich ja nicht mit aufzeichnen hier ihr habt den Seelenstein gesehen wie man den kriegt ich habe euch zumindest versucht zu erklären wo der ist ich denke das war okay so jo dann macht's mal gut ne und schaltet bei Kapitel 9 wieder rein ne also bis dahin ciao ciao sagt den Kappel 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 nicht